So, äh, Hannemann. Mein Gott. Na, das erklärt's. Ja. So. Hä, wieso, die sich ihre Eltern besuchen. Das macht die alle paar Monate mal. Also hast du ja Doppelurlaub. Kommt Montag wieder. Ich habe die Zeit genutzt und die Wohnung richtig krass aufgeräumt. So. Du wolltest auch was. So. Das Buch ist da unten am... Hä, Hubert hab ich doch gerade... Moment. Ich glaube nicht, dass Lou Overwatch spielen wird Montag. Hallo, geh auf. Ich glaube, dass wenn die Lou wieder hier ist, erstmal wieder Final Fantasy gesuchtet wird. Kann sie aber ihren Eltern nicht spielen. Geh auf. Wenn man rennt, ist das... Spiel echt zu langsam. Switch Pro Version. Wren. Ach so. Moment. Oh fuck, hab ich jetzt für immer Nein gedrückt. Ich wollte gerne... Die Sprechblasen sind jetzt da, weil die aus... Weil ausgewählt werden können. Das ist natürlich jetzt... Uff. Aber ich habe Flaming jetzt einfach abgesagt. Eiskalt. Wer ist das? Ne, mit Hubert will ich auch nicht tanzen. Den kann ich auch auf sein. Nein, ich kann Felix nicht rekrutieren. Eigentlich wollte ich ja zu... Ich will... Kann ich Edelgard nehmen? Oder Doro? Oh, ich nehme Doro. Der eine Brille trägt. Mein Gott. Habe ich einen, der gern tanzt? Mein Doro war doch... Musikerin. Musiker tanzen doch bestimmt gerne. Bestimmt. Bestimmt ist das... Zusammenhängend. Wo ist Doro? Wo ist sie? Wo ist sie? Mehr Scham als 14 hat? Ups. Ist egal. Weiß ich ja vorher nicht. Es wurde gesagt. Uff. Egal. Hey, Professor. Du bist hier, um mir zu helfen. Und das wird erst gesagt. Siehste? Bringt das was, wenn ich es länger laufen lasse? Wahrscheinlich nicht, ne? Dafür nur, um sich darüber lustig zu machen, wie toll sie tanzen. Musiker tanzen. Musiker tanzen. Musiker tanzen. Gehen wir jetzt einmal hier lang. Musiker tanzen. Ich habe den Tipp, mit Manuela zu reden, jetzt bekommen. Nachdem ich einen ausgewählt habe. Callers. Das ist so. Ich habe Doro ausgewählt und habe dann bekommen, dass ich mit Manuela darüber reden soll. Danke sehr. Äh. 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 Puff, äh, 13. Äh. Habe ich mit Catherine schon trainiert? Habe ich? Habe ich nie? Ich glaube, ich habe, ne? Ah, sie hat eh nur Kacke. Gibt mir ein Schwert. Wo ist Felix? Ich muss nochmal mit Felix reden, ich habe mehr Rüstung. Du, warum ist die Easy-Wat 20 haben, weil sie Easy-Win? Warum? Ach, nicht mehr Rüstung, Felix. Kann ich den nur einmal am Tag fragen? Wer will gerne es nicht rüsten? Wer wollte denn Rüstung? Irgendjemand wollte Rüstung. Weiß ich nicht mehr. Du magst keine Insekten? Okay. Also mit Raphael kann ich noch reden. Äh, da. Dann habe ich das Item auch weg. Aber wo war der? Das ist Hubert, ne? Wo ist Raph? Moment, das muss ein gelber Kreis sein. Weil der gehört ja nicht in mein Haus. Die Blauen sind ja immer in mein Haus. Äh. Hey, da wurde gerade gesagt, hier soll Raph sein. Das ist die nette Annette. Das ist Claude. Das ist da. Das ist auch geklärt. So. Äh. Und wir gehen jetzt noch einmal da unten hin. Da ist ja auch eine Sprechblase. Und angeln. Weil, glaube ich habe bald die nächsten... Aber da hatte ich jetzt schon den nächsten Dozenten ran. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt sehen. Jetzt habe ich den nächsten Nutzen ran. Danke, Feuerfliege. Danke für deinen Wraith. So viele Herzen. Hallo, Leute. So. Äh. Bin ich jetzt fertig, ne? Obwohl. Ich habe noch Supporter-Gespräche mit Shamir. Moment, das war hier oben. Ach, sogar mehrere. Ja. Habe ich. Ich habe Zeit. Let's go. Scheint so. Ich war auch überrascht. Du magst keine Ahnung. Verständlich. Du schaffst mit ein paar Nobles, wenn du ein Merk bist. Ich habe mir nicht gebraucht, mein Leben auf der Linie. Aber ich habe nie lieb, mich zu bowen und schrafen zu unseren noblenden Arbeitnehmern. Verständlich. Und das ist, was ich liebe, um ein Knight zu sein. Ich werde alle Nobles, die ich will. Ich schreit. Aber die Knights machen ja auch ein gutes Geschäft, Partner. Tschau, Frau Erfliege. Danke. Danke. Okay. Mehr Herzen mit Charmiere. So. Nach meinem Stream wolltest du Alina schauen, Sodi. Aber was ist, wenn ich viel länger gestreamt hätte? Also, tue ich ja. Als sie. Der Urlaub hat ja noch nicht angefangen. Der fängt das Motor an. Tja. Raphael? Mag der mich so sehr? Ich habe doch nichts mit dem zu tun. Ich gebe dir nur immer seine Essensbestecke und so zurück. Klar. Ich denke schon. Jetzt haben wir es auf die Schuhbank klicken. Das merkt man ein bisschen. Ich denke, ich habe keine Chance. an remembering das kind of Sachen. Und trainieren meine brain instead of meine Körper macht mich schlafen. Was wenn ich zu trainieren twice so schwer? Dann muss ich nur studieren halb so viel, richtig? Ja? Ich denke, ich habe keine Wahl. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich wünsche mir Glück, Professor. Für meine Training und für meine Studen. Naja, umso größer die Muskeln. Ich meine, das Gehirn ist auch ein Muskel, ne? Und wenn er das Gehirn nicht trainiert, wird dieser Muskel kleiner, ne? Du magst bestimmt Gruselgeschichten. Du bist so ein Creepy Girl. Du magst Puppen. Sache, du bist ein Creepy Girl. Nur creepy Menschen mögen Puppen. Geh weg von mir. So. Äh, ja, dann kann ich jetzt betten. Also, den Tag. Äh, wir haben fünf Einheiten. Äh, wir haben fünf Einheiten. Ich gebe dir auch ein bisschen Schwertraining, okay? Auch wenn du Meteor hast und du alles zerstörst damit. Komm, mach ein Perfekt. Komm. Nice. Perfekt. Nice. Ah. Na, Hubert. Trainieren wir deine Autorität. Auch wenn du eher mit Furcht arbeitest, als mit Autorität dann auftreten. Du schüchterst eher ein. So. Edelgard müssen wir unbedingt auf Rüstung trainieren, weil... Oh. Das war hart. Und dich auf Pferde. So. Ändern wir die Gruppenaufgabe mal. Vielleicht wird das gut. May I ask you... Wenn viele Studenten die Vorlesung eines Lehrers besuchen, können manche kaum folgen, während andere bereits weit voraus sind. Ich frage mich, ob es dafür eine Lösung gibt. Der Besuch der Vorlesung hat mir gefallen. Okay, das hat dir gefallen. Okay. Oh, das gab viele Punkte. Professor. Vielleicht liegt es an dem Wappen, aber schwere Rüstung haben mich noch nie eingeschränkt. Allerdings könnte ich mich da noch verbessern. Keine Autoritätsfähigkeiten, aber dafür Rüstung. Ja, komm. Let's go. Petra möchte was von mir. Oder was heißt von mir? Wir besuchen Petra. Schon sehr spät. Solltest du nicht ins Bett? There are things that I have not done yet. Things that have to be done. For the future. I have to try with hardness. Training, studying, socializing. I will not always be having time to do those things. And speaking the language of Fodlin, I worry I will never be doing it just right. Warum strengst du die so an? Why? Because the position of Bridget is weak. Fodlin and Dagda are big. Bridget is a small island in the middle of them. Bridget has great beauty. But little power. We will not have, will not survive, unless we get more strength. I will lead Bridget. And so I have responsibility. I have to have more strength than anyone. So muss es nicht sein. Having more strength than anyone might be un... impossible. But I have to give my best try. I am a ally of Fodlin. And I have the long and long time to fight. And that is also why I try with hardness. You can always count me. I mean, count me. I mean, count me. But you should know that one of these days will be when I will return to Bridget. Before that day, try not to stop me from trying. And please, keep watch... watching over me. With you? I can try with more hardness than I could alone. Unterstützung's level B. Bernard, Deda hat Geburtstag. Ah, komm. Du hast Geburtstag. Das ist dein Fehler. Nein, Spaß. Ja, ist heiß. Wieso sind alle zu doof, Tee zu trinken? Das andere fand ich auch nicht passend. Was wirkt die denn? Nein, nein, nein. Lass mich das... Bernard, Deda, es tut mir leid. Du bist... Du bist kompliziert. Ich verstehe dich nicht. Trotzdem ein Herz bekommen. Yes. Zeit für kämpfen. Kämpfen. Äh, examen. Das heißt, ich kann das jetzt nochmal versuchen, ne? Nee, kann ich nicht, weil ich keinen Oberstufensiegel hab. Hat erladen, hat wieder drei. So. 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 Äh, schmieden. Äh, schmieden. Machen sie noch stärker. So. 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 Reparieren. Äh, reparieren. Den müssen wir reparieren. Der ist nämlich stark und den hab ich nicht nochmal. Den kann ich nicht reparieren, weil ich einen Dunkelmittel dazu den ich hab. Und ausruhen ist immer so ne Sache. Das will man eigentlich nicht. So. Jetzt riskieren wir nochmal, dass Ferdinand die ist examen verkackt. So. That's rude. Okay, Sylvain ist wahrscheinlich der nächste dann. Ach, die Unterstützungsgespräche haben wir auch noch. Die sind immer so versteckt in Fire Emblem. Eins. Zwei. Zwei Stück. Ah, komm. Drei. Achso. Oh, hab ich das verpasst? Ist das auf der Map? Ist das bestimmt auf der Map? Oh, was ist that lovely smell? It seems to be coming from the training area. Oh, was could it be? Schweiß. Blut. Good day to you, Ferdinand. You smell amazing. That is you I am smelling, is it not? Ah, Flayne, hello. Are you referring to the smell of this oil? Aha. Yes, that is the smell, all right. I am simply doing some armor maintenance. A little oil keeps the rust at bay, ensuring that the armor moves smoothly, without any hitches. I see. I thought maybe you were doing some cooking. You smell a bit like food. But I suppose that is the oil tricking my nose. I would not cook in the training area. Are you hungry by chance? Not really, no. But is that oil not also used for cooking? For things like frying meat or drizzling over a nice crisp salad. Things of that nature? Were I to coat my armor in oil that smells of food? I would be distracted by hunger at all times. I doubt that amidst actual fighting, the smell would still make you hungry. When you are in the thick of it, you bring from all your focus on energy to the fight. There is no time to feel pain. And why do you smell like it? And actually, all of this talk of delicious oil has made me hungry. Knoblauch-Öl, or what? I will accompany you to the dining hall. I will be finished in a couple of minutes. I must apologize for her, Nand, but I cannot wait even a moment for you. I am famished. I shall be in the dining hall, getting my fill of fried goodies. Well, that was quick. Hmm. I will admit, now that she has mentioned it, it is a rather appetizing smell. Hmm. Das einzige Öl, was richtig stinkt und richtig weit riecht, finde ich, ist Getriebeöl. Gefahrenes Getriebeöl stinkt wie tote Fische. Tatsächlich. Und das ist nicht lecker. Du bist heute in High Spirits, Dorothea. Ja. Ich habe jemanden ziemlich charmant kennengelernt. Ich hoffe, wir können bald mehr Zeit zusammen spenden. Well, ich wünsche dir die besten Glück. Ich wünsche dir, ich habe ein paar Tipps, um zu geben. Alas, ich mache nicht. Eh, nicht zu viel über das, Aidy. Ich denke, romanz nicht wirklich etwas, was du interessiert in. Ich bin nicht komplett nicht interessiert. Oh, ja? Ist es jemand, du hast deine Augen auf? Es ist eine Mütung. Hmm. Um ehrlich zu sein, es gibt nichts wie romanz in meinem Leben. Es ist nicht, dass ich nicht interessiert. Ich bin einfach zu beschäftigt mit anderen Herausforderungen. Ich habe keine Zeit, um zu verabschieden, für solche Dinge. Das ist nicht überraschend. Du bist nicht nur ein altes Gäuble, nachher. Oder jemanden, den du dein hele Leben kennst. Es gibt keine Ahnung, wie das Leben geht. Etwas könnte sogar zwischen den beiden uns. Du und ich. Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn so ein spannendes Zukunft ist, dann freue ich mich auf ihn. Oh ja? Das ist sehr süß von dir, Aidy. Aber in den Kampf. Nebenquests oder Quests? Was lohnt sich mehr? Wollen wir die Level 11 sind. Ich habe übrigens zwei Kampfpunkte. Ich kann zwei machen. Ich weiß nicht. Ich mach erstmal die Banditen weg. In diesem Monat findet das Schwarzmagie-Turnier statt Belohnung Silberschild. Ratet mal, wer das schon hat und noch nicht ausgerüstet hat. Verdammt, hab ich vergessen. Okay, aber immer nochmal. Die Quelle der Trauer. Betreibe die Bandit. Nicht den Marktplatz. Hallo Anna. So. Äh. Oh lol. Was macht denn der Schildkrötenpanzer? Verteidigung auf Stufe 2. Äh. Plus 2. Stufe 2. Äh. Hier. Hol dir mal ein Schild. So. Noch irgendeine Items, die er benutzen kann? Oder nicht haben soll? Ja, du. Lager. Hä? Ja, ihr. Wie die alle Mittelstufensiegel mitschlören. So. Hannemann, Charmier, Manuela, brauche ich alle nicht. Die sind alle nur pro Forma dabei. So. Let's kill some peeps. Oh yeah. Da war er wieder. Der unnötige Crit. Und vielleicht ein bisschen zu stark für die Mission. Noch ein unnötiger Crit. Können wir die unnötigen Crit zählen? Einen unnötigen Crit-Counter bekommen? So. I will get the victory. That's my cue. Wenn ich sie richtig hinstellen, kann ich den Anführer einfach instant killen. Amüsiert mich. So. Süß. Der hat einen Pfeil mit seiner Lanze abgewehrt. Das musst du mal können. Das musst du erstmal bringen. Ah, ich muss noch ein Feld weiter vor. Dann kann ich den Typ Vincent killen. Aber wir wollen ja die Erfahrungspunkte. Aber lustig wär's. Moment. Das ist die Map von Claude hier am Anfang, ne? Wo die hinter den Barrikaden stehen. Der hat kein Aoi. Der Meteor kann aber ziemlich weit. Das ist sein Vorteil. Und macht ziemlich viel Aoi. Ne, wenn der Aoi machen würde, hätte ich den. Bei dem Dark Knight da. Bei dem. Einen Kommandanten. Hätte ich den. Wenn ich den benutzt hätte. Hätte der mit damage bekommen. Hat aber nicht. Ah ne, kann ich nicht gucken. Wer fehlt? Achso. Kann ich sicher doch noch machen. Das ist kein unnötiger Crit. Das ist einer der guten Crits. So. Bei NPCs hat er Aoi. Natürlich hat er das. Das ist immer das gleiche. Die Gegner haben immer mehr Vorteile als wir. Sie hat halt ein Feld mehr Angriff. Da ist er wieder. Der dritte unnötige Crit. Jetzt kann er auch. Nice. Jetzt kann er auch. Nice. Hat der zweite Angriff irgendwie mehr Crit Chance? Ist das so? Steigt die Crit Chance beim zweiten Angriff? Kann ja irgendwann nicht mehr. Wahr sein. Okay. Ich habe viele Skills. Viel Spaß mit diesem Angriff. Ja tschüss. Bis weg. Nice. Zwei überlebt er. So werte Ehre. Werte das niedrigste Level. Du. Aber dich kriege ich doch nicht hin. Ja alle sind. Hey du kannst das ruhig machen. Vielleicht kriegst du da noch Level 20. Ich glaube nicht dran. Nein. Ah schade. Muss ein bisschen den. Linhard angreifen lassen. Damit der mal stärker wird. Der hängt hart hinterher. Doof als Heiler dann. So. Dann machen wir jetzt noch eine Nebenquest. Und zwar. Die hier. An der Rhodos Küste. Warum? Ja. Das ist ja nicht. Wird ja nicht. Wie funktioniert. Wie geht es? Das ist ja nicht. Es wird leichter für mich zu kämpfen, wenn ich weiß, dass du sicher bist. Aber ich muss! Professeur, du hast nur den richtigen Zeit gekommen. Eine Mission? Ja. Die Kirche Westen versucht, die Heilige Gründe zu verbreiten. Mit dieser Aktion, sie sind nicht mehr nur Bedeutenden von einem anderen Kree. Sie sind eine gefährliche Angelegenheit, die nicht ignoriert werden. Wir können nicht die Heiligen Artefaktien, da in der Hand fallen. Ich, auch, möchte ich mit der Kirche sein. Und ich versuche, dass ich sehr schrecklich über meinen Bruder bin. Es geht um meine Proteste, er wird mir nicht geben. Professeur, das ist, wo du helfen kannst. Willst du uns beide auf dieser Expedition beantragen? Ja. Dafür bin ich hier. Aua! Knie verdreht. Haha. Ist das richtig, Professeur? Ich... Weil dann fehlen mir die, ne? Auf Missionen bestimmt. Das wäre nicht so geil. Wieso schickt man Dorothea weg? Die ist voll stark. Oder Edelgard. Das sind Entsendungen so, dann kommen die bei anderen Spielern an. Und ich habe sie trotzdem. Oh, hier ist voll die geile Möpf. Ist voll am, voll am Beach, man. Die kriegt gleich ein Meteor auf den Kopf. Ich werde das Monument beantragen. Alle anderen sollten sich auf die Gegend entfernen. Warte, Bruder! Ich werde dich mitnehmen. Das ist meine Kugel. Verdammt, ich komme nicht dran. Boah, die überlebenden Meteor. Das ist ja sick. Ich werde erläutern. Ach ja, das hat Aua E, du hast recht. Die stehen alle doof. Deswegen hat das auch nichts getroffen vorhin. Ich bin doch nicht blind. Ah, der Sand wird uns richtig langsam machen, Mann. Ich hasse das. Wieso? Oh, ich hab' ja Sielen bekommen, ne? Hätte ich auch noch ausrüsten können. Ich bin Ferdinand von Eiers. Äh As you wish Sweet of you Put me in there Mmh Ja, war so So, dann können wir uns nächste Runde richtig schön bewegen Du machst die Runde eh nix mehr Ja, mich dann da hinzustellen ist natürlich doof Ich werde nicht stoppen Jetzt hat nur einer was macht So, schön den Last Hit machen Dann kriegt er nämlich schöne Erfahrungspunkte Das gibt nämlich mehr als wenn er jetzt der Mensch macht Berlin hat immer die Last Hits machen lassen Ist das glaube ich ganz gut Der arme Zauberer kriegt einfach ne Axt durch den Kopf, Mann Ewegeist ist ein bisschen brutal Das sieht man für eine Strategie Achso Weiß Magie Rettung zieht einen zu mir, ne? Ich meine, das war so Jetzt wo ich weiß, dass Meteor Aoe hat Wer bist du denn? Guten Tag Ist die Mission vorbei, wenn ich dich töte? Ich habe ein Donnerschwert Vielleicht war es ein Fehler Ich weiß es nicht Petra, überlebt das bitte Jetzt muss ich zurückspulen Okay, alles gut Magier haben heute ganz schön Kopfschmerzen Warum sollte er ja eigentlich die Insel einnehmen, ne? Ich lasse ihn hier rechts irgendwo umfliegen Ja, das ist Wasser Muss noch ein bisschen weiter hoch Dann kann ich da ein Meteor reinknallen lassen Oh? Einen noch nach links Um? ... ... ... Das war's für heute. Hat er nicht verstanden, was da jetzt abging. So. Die Musik jetzt abgeht, weil ich den Hauptgegner angegriffen habe. Schade, ich dachte, der killt dann. Aber sie killt ihn. Der unnötige Crit. Nice. Das war auch nice. Ausweichmungs sind immer gut. Mein Gott. Pferde im Sand. Was geht? Der hält das ja voll aus. Der heilt sich hardcore, ne? Ja, aber richtig. Eigentlich lohnt sich das nicht, das da drauf zu werfen. Ah, jetzt ist es eh zu spät. Sein Kumpel daneben kriegt Damage. Ist auch okay. Hat ein bisschen weh. Den anderen wenigstens in Sandown. Ja. Der kann mir nämlich nix. Zumindest nicht so. Okay. Okay. Dann machen wir halt n Tumult. und lassen flamen, dann den Rest mal. So. Als ob das null macht. Okay, dann so. Mach die null Damage mit ihrer Magie. Das ist ganz schön hart vor hier, den der da bekommt. Der killt mich hart. Das ist ganz schön hart. Hallo, wieso? Hallo? Oh, ich komm da nicht dran. Richtig belastend. Kann er mit zwei Felder nicht dran. Oh, können wir unseren Pferden irgendwie Schuhe anziehen, damit das besser geht mit dem Laufen hier drauf. Das ist ja richtig ätzend. Ich mag ja tun schon gut weh, ey. Jolo. Läuft. Was tut man nicht anders für Level 20? Ich glaub, er kommt da so schon dran, ne? Nein, okay. Der ist so tot, wenn er da reinfliegt. 28-Grid-Chance, komm. Schade. Ah, hat er toll gerettet. Das fand ich bei Rettung schon immer doof, dass man nicht aussuchen konnte, wo man hinkommt. Dass man da nicht das Feld aussuchen kann. Was mach ich mit euch? Mach du das mal. Unnötiger Crit. Unnötiger Crit. Pferde sind so nutzlos. Ich muss auf Pegasi umsteigen. 25-Grid-Chance, komm. Yes. So will ich das sehen. So. Der Typ da oben kommt ja noch nicht. Stimmen wir uns mal nebeneinander. achte kannst du nicht drauf okay möchte ich noch ein einmal kann ich noch das letztes mal kaspar so magier machen den zwar keinen schaden aber irgendwann kommt der magier der im schaden macht ist ja dass du schon kommen aber drachen war das so ne stark gegen mich kritt 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 der ist nicht unnötig kritt 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 ich finde ich zurück super zerstatter ist game. Wenn die hier durch wollen, dann müssen die erst mal schaffen. Crit, Crit, Crit. Yes! Ich bin Lacka? Nein. Höh. Ist da was zurückgezogen? Oder haben wir das angezeigt? Oh, sie wollen trotzdem kämpfen. Die rennen ja gar nicht weg. Die Trottel. Wenn sie weggerannt wären, hätte ihnen das vielleicht noch was gebracht. Ein bisschen länger zu leben, vielleicht. Ich lasse es nicht. Das ist das letzte von ihnen. Flayne, möchtest du ein paar Blumen an dem Monument setzen? Natürlich, Bruder. Das ist was ich hierher zu tun habe. Du hast die Nebenquests erfolgreich abgeschlossen. Sichholz. Wir waren Ritter. Theflians Priesterin. Nice. Zwei neue Bataillonse. Bataillonse sind gut. Kanin Eckeли Sie von 3 Meinen? Also, ein großes Geweld hat. allora senken. Bis zum nächsten Mal.